So, jetzt ist also der 11. Oktober vorbei. Naja, war ein wichtiges Datum, denn jetzt müssen die Corona-Tests bezahlt werden. Wie ist die Lage bei uns in Stuttgart-Möhringen nun? Das Corona-Zentrum, wo ich direkten Einblick habe, die hatten vorher etwa täglich 150 kostenlose Anwärter. Und nach dem 11. Oktober gibt es immer noch Leute, die brauchen das aus familiären Gründen oder weil sie sich nicht impfen lassen wollen. Jetzt haben wir etwa 50 bis 60 Anwärter, die das aber selber bezahlen müssen. Bei uns kostet es 10 Euro in Stuttgart-Möhringen. Und das geht jetzt also weiter. Was sind denn eigentlich so die internen Daten, wenn man da mal so nachfragt, so bei einer Tasse Kaffee? Nun, in der Vergangenheit sind hier vier Tests positiv gewesen. Und das darf man wirklich sagen, die wurden ja telefonisch nachverfolgt. Die vier Patientinnen und Patienten haben sich immer bedankt, wenn man sich gemeldet hat und informiert hat und aufgeklärt hat und haben erzählt. Und die waren alle vier doppel geimpft. Also wir haben hier in Stuttgart-Möhringen vier Impfdurchbrüche nachgewiesen. Dann wurde der PCR-Test nachgemacht und alle waren positiv. Das bedeutet, wir befinden uns einer hohen Spezifität. Das heißt, die Tests stimmen wirklich des chinesischen Herstellers, der jetzt ja schon über drei bis vier Monate bewährt, Tests direkt aus China nach Stuttgart-Möhringen liefert. Also wir sind zufrieden mit unserer eigenen Qualität und haben also Impfdurchbrüche. Wer glaubt, dass er nach zwei Impfungen sicher ist und die Politiker uns das vormachen und die 2G-Regel uns antragen wollen, wer geimpft ist, ist sicher und wer ungeimpft, ist unsicher. Das stimmt halt naturwissenschaftlich nicht wegen der Impfdurchbrüche. Das ist ja frustrierend auf den Winter, auf die nächste vierte Welle. Aber es gibt ein Lichtblick. Und das sage ich euch jetzt. Ja, der Lichtblick besteht darin, dass man eine altbekannte Medikation weiterentwickelt hat. Und zwar falsche Bausteine für die Virusverdoppelung. Ich rede von Molnupiravir. Das ist ein neues Medikament und die Details von dieser Nicht-Impfung, von diesem Corona-Medikament, das erzähle ich euch jetzt gleich weiter. Molnupiravir von Merck wird wahrscheinlich jetzt bald jeder kennen. Nun, zuerst einmal, wie ist die Lage in Stuttgart? Da gibt es eine kleine Besonderheit auf ganz niedrigem Niveau. Ja, wir hatten zwei Tage mit Todesfällen. Am 8.10. vier Todesfälle, am 9.10. drei Todesfälle. Der ist irgendwie geballt und davor null Todesfälle und null Todesfälle und null Todesfälle und null Todesfälle und null Todesfälle. Überhaupt haben wir in Stuttgart eine gute Serie. Man könnte sagen, seit Mitte September haben wir 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dann die zwei Tage 0 und dann wieder lauter Nuller. Also wir haben in Stuttgart eine überwiegend ganz, ganz niedrige Todesrate an Covid-19. Wobei wir nicht wissen, was das für Patienten sind. Ob die vielleicht 99 Jahre alt sind, Diabetiker sind und schlechtes Herz haben. Das wissen wir alles hier gar nicht. Also de facto haben wir noch schöne spätsommerliche Daten in Stuttgart. Es geht uns gut. Dankeschön. Wir wollen es nicht verharmlosen. Aber diese Delta-Variante hat in Stuttgart im Moment keine große Auswirkung. Ich wiederhole es nochmal. Wir haben in Stuttgart pro Woche 140 sonstige Tote. Und in Deutschland, laut RKI, haben wir ja so 80 oder wie viel auch immer Tote bundesweit. Während hingegen in ganz Deutschland ja jeden Tag 2.800 Leute sterben. Das heißt, die Covid-19-Todesfälle, vor denen wir ja eigentlich alle Angst haben, die machen im Vergleich zu 2.800 Toten einen ganz, ganz kleinen Anteil nur. Umso mehr denken wir an die Zukunft und an die im Winter kommende vierte Welle. Es ist ja momentan eigentlich mehr so eine Erkältungswelle unterwegs. So Grippal-Erkältungen, grippaler Infekt. Sodass man, wenn überhaupt mal in einer eigenen Schnittrichtung an die Grippeschutzimpfung jetzt im Herbst erinnern möchte, wäre Zeit für eine Grippeschutzimpfung. Ja, Grippeschutzimpfung nach dem alten Schema haben wir schon immer gemacht, seit Jahrzehnten mit gutem Erfolg und nahezu gar keine Nebenwirkungen. Das ist ja das alte Schema, wo von der Oberfläche von den Influenzaviren irgendwas abgeschnitten wird. Ich vergleiche es mit Äpfeln, die man schält und von der Apfelschale kleine Stücke abschneiden. Und das wird mit Genetik nichts zu tun, mit Adenoviren nichts zu tun. Das sind Schnipsel von der Oberfläche von Viren. Alte Technologie, Grippeschutzimpfung. Jetzt reden wir von dem Winter, von der vierten Welle Covid-19. Ich denke, dass sie kommt. Ich denke, dass sie mild kommt. Und da gibt es jetzt einen Lichtblick. Die Firma Merck hat schon seit langer Zeit Medikamente gegen Viren entwickelt. Und da gibt es ja schon welche. Jetzt gehe ich mal an die Vergangenheit. Jeder erinnert sich, der Lippenherpes beim Skifahren. Die Mädchen kann man immer küssen, weil sie einen Lippenherpes haben. Wenn ich die küsse, kriege ich auch einen Lippenherpes. Herpes Labialis. Und da gibt es Gott sei Dank so eine Creme, Handelsname Zovirax, Inhaltsstoff Azyklovir. Und dann tut man das immer da drauf. Und dann geht er ganz schnell wieder weg. Und dann ist es wieder gut. Das gibt es schon. Also das ist ein falscher Baustein, der in den Virus eingebaut wird. Sodass er bei der Replikation, bei der Vermehrung falsche Viren liefert. Und die gehen dann zugrunde. Ganz wichtig ist, dass man das auch intravenös geben kann. Bei der viel schlimmeren Gürtelrose. Denn die Gürtelrose, die auftritt, macht ja auch so Bläschen in einem Segment. Also Halbgürtelrose müsste man es eigentlich nennen. Und die Bläschen sind nicht ganz so schlimm. Die sind ja dann sehr ansteckend. Nein, das Problem ist, sind die Schmerzen danach. Die nach der Infektion, nach Abheilung der Haut anhaltenden Schmerzen, die sehr stark sind. Die Leute müssen starke Schmerzmittel nehmen. Die können nicht schlafen. Das sind einschießende starke Schmerzen nach der Gürtelrose. Das ist ein großes Problem. Aber natürlich noch viel gefährlicher ist die Gürtelrose im Gesicht. Unterkiefer, Oberkiefer, Stirn, halb. Mit Übergriff aufs Auge. Dann droht eine Erblindung. Oder noch viel schlimmer. Das kann dann auch tödlich sein. Die Meningitis, der Virus, diffundiert durch die Hirnhäute durch und macht eine Hirnhautentzündung auf Leben und Tod. Und dann gibt es Azyklovir, intravenös hochdosiert im Krankenhaus natürlich alles. Eine Gürtelrose im Gesicht ist gefährlich bis lebensgefährlich und könnte durchaus dann besser stationär im Krankenhaus mit diesen Infusionen behandelt werden. Die Botschaft ist, es gibt schon falsche Bausteine und die heißen Virostatika, ist der Überbegriff. So wie Antibiotika gegen Bakterien gibt es Virostatika gegen vorhandene Viren. Aus dieser Linie heraus hat die Firma Merck nun ein neues Medikament entwickelt und schon nicht nur gegen Grippe getestet, sondern vor allem auch gegen Covid-19 getestet. Das ist die Firma Merck und das Medikament heißt chemisch betrachtet. Die Firma Merck ist da schon seit längerer Zeit dran und entwickelt dieses Virostatikum nicht nur gegen Influenza, sondern auch gegen Covid-19. Und hat jetzt eine Notzulassung beantragt bei der amerikanischen Arzneimittelgesellschaft, genannt FDA. Eine Notzulassung, so ähnlich wie diese Impfstoffe, eine Notzulassung. Molnupiravir ist ein experimentelles Virostatikum, also ein chemisches Medikament, das ursprünglich zur Behandlung von Infektionen durch Influenza und Coronaviren entwickelt wurde. Derzeit wird in klinischen Studien ein möglicher Einsatz bei Covid-19-Patienten geprüft, weil es brennt uns ja. Also nochmal zum Verständnis, das macht uns nicht immun, sondern ist erst beim Kranken Covid-19 einzusetzen, so ähnlich wie Aspirin, erst bei Kopfschmerzen. Monopiravir ist das Pro-Drug des synthetischen Nukleosid-Derivats. Also ein Pro-Drug ist eine Vorstufe eines Medikaments. Das hat noch eine OH-Gruppe dran, wird so als Tablette eingenommen und wird erst im Körper umgewandelt durch Abspaltung der Hydroxid-Gruppe, genannt Hydrolyse, zum wirksamen Medikament. Das haben wir an sich ganz gerne, sodass das Medikament dann eigentlich erst dort wirksam ist, wo es wirksam sein soll. Ein Nukleosid-Derivat bedeutet, dass diese Helix-Spirale, diese gedrehte Spirale mit diesen querlaufenden Sprossen bekommt eine falsche Prosse. Wenn die RNA wie eine Leiter, eine gedrehte Leiter ist, nenne ich die Querteile Sprossen, so nennt man es bei einer Leiter. Und da wird ein Nukleosid, so eine Sprosse-Derivat, also eine falsche Sprosse eingebaut, nicht als Holz, sondern aus Zuckerguss, sage ich mal, bildlich. Und wenn man drauf tritt, bricht die Sprosse durch, die funktioniert nicht. Und die Sprosse heißt N4-Hydroxy-Cytidin, also N4 ist ja wohl Stickstoff und Hydroxy ist die OH-Gruppe, die auch im Wasser drin ist. Und Cytidin ist eine Aminosäure, abgekürzt NHC. Die Summelformel ist so und die Molekulare ist so. Das braucht man nicht so genau wissen. Also es handelt sich um das gleiche Grundprinzip wie beim Lippenherpes oder Gürtelrose im Gesicht. Der aktive Metabolit von Molnupiravir wird in die RNA eingebaut, also in diese Doppelspirale, ich sage Leiter, falsche Sprossen, und induziert Kopierfehler bei der viralen RNA-Replikation. Wenn der Virus sich vermehren möchte, dann macht er ja Zwillinge sozusagen. Das ist eine ungeschlechtliche Vermehrung. Und da entstehen dann falsche Zwillinge, die nicht lebensfähig sind. In der Literatur wird dieser Menschen als Error-Katastrophe beschrieben, weil die vermehrten Viren dann nicht funktionsfähig sind. Das Wirkungsspektrum konnte bisher vor allem gegen unterschiedliche Coronaviren gezeigt werden. In Zellkulturen von Atemwegsepithelien. Das sind die Oberfläche meiner Atemwegenase, Rachen, Lunge. Richtet sich die antivirale Aktivität gegen Influenza, also Grippeviren und unterschiedliche Coronaviren. Hört sich richtig gut an. Nochmal zur Wiederholung. Dieses Medikament macht einen nicht immun. Nein, es ist für die Behandlung der infizierten Menschen da. Das heißt, wenn einer Corona bekommt, wir wissen, es ist ja wie eine schwere Grippe, dann nimmt er das ein. So ähnlich wie Aspirin erst bei Kopfschmerzen. Es gibt schon klinische Untersuchungen. Dezember 2020 bei Frettchen. Das sind so kleine Marder, die uns in Autos die Kabel da zerfressen. Hat man das untersucht und da hat es funktioniert. Und jetzt ganz wichtig, bei hospitalisierten Patienten, bei Krankenhauspatienten, begann im Oktober 2020 Eine Untersuchung befindet sich in der klinischen Phase 2 auf 3, Stand 2011. Das Studienende ist am 30.12. diesen Jahres. Dann werden wir also die Phase fertig haben, wo echte Menschen mit dem echten Medikament bei der echten Covid-19-Erkrankung behandelt werden. Und man wird dann wohl sehen, dass der Verlauf viel leichter ist, so wie wenn ich die Gürtelrose mit Azyklovir infundiere. Das ist bisher nicht zugelassen, weder in der europäischen Gemeinschaft noch in Amerika. Im Oktober 2021 wurde vom Hersteller MSD, wir sagen Merk dazu, eine Notfallzulassung bei der FDA beantragt. Also da haben wir doch wirklich Hoffnung, denn die Notfallzulassung unter dem Schirm der Covid-19-Pandemie funktioniert nach schnell auch bei irrwitzig schlecht verträglichen Medikamenten. Ihr wisst ja, wovon ich rede. Von den vier zugelassenen Impfstoffen, die wir haben. Die ja von den Wirkungen bis hin zu tödlichen Thrombosen bei jungen dänischen Frauen katastrophale Nebenwirkungen haben. Habe ich also Hoffnung, dass vor dem Winter noch dieses neue Medikament zugelassen wird, dass wenn ich dann doch als Nicht-Geimpfter eine Covid-19-Infektion hätte, dann haben wir noch ein zusätzliches, genau gegen diesen Virus wirkendes Medikament, das die Vermehrung der Viren aufhält. Das wäre doch toll, oder? Könnt ihr euch noch erinnern an BioNTech-Pfizer? Da war ja anfangs auch verschiedene Diskussionen, Bedenkenträger, Kritiker. Und der Aktienkurs, der Aktie dümpelte vor sich hin. Doch die Leute, die das verstanden haben, auch die Notwendigkeit der Gesellschaft richtig eingeschätzt haben, die haben Aktien gekauft und haben gutes Geld verdient damit. In der Hoffnung auf einen guten BioNTech-Impfstoff. Könnte das diesmal auch so sein bei der Firma Merck? Nun, ja, die Firma Merck hat also auch Aktien. Firma Merck ist ein amerikanisches großes Unternehmen. Die heißen Merck und Co. haben eine Wertpapier-Kennnummer A0YD8Q. Kann sich kein Mensch merken. Notieren derzeit bei etwa 68 Euro und werden gehandelt. Also, wer sich darüber mehr informiert, und ich würde sagen, ich gehöre dazu, hat den Wirkmechanismus verstanden. Das ist ja nichts Neues, nichts Genetisches, nichts mit Viren. Das ist ein falscher Baustein, wie für Lippenherpes, kennen wir, und Gürtelrose im Gesicht oder wo immer auch. Ein Mechanismus, den ich verstehe, speziell für diesen Virus, der falsche Baustein. Und der würde die Erkrankungen wesentlich vermindern und verkürzen. Und auch die Nachwirkungen, was man als Long Covid bezeichnet, abmindern. So wie bei der Gürtelrose, verstehe ich, ist einleuchtend. Und wir haben recherchiert, es gibt wohl gute erste Daten. Die Studie läuft noch bis Jahresende. Und deswegen wollten wir, weil wir auch über Wirtschaft und die Flucht in die Sachwerte reden. Flucht in die Sachwerte könnte auch bedeuten, vielleicht, dass ihr 5%, 10%, wie viel auch immer, eurer Liquidität mal für Merck investiert. Nach meiner Recherche und diesen Ausführungen bin ich also optimistisch für das Molnupiravir von der Firma Merck und werde das genau beobachten. Wir hatten in der Vergangenheit mit der Deutschen Bank ja nach etwa einem Jahr gesehen auch einen bescheidenen, aber respektablen Gewinn als Flucht in die Sachwerte. Deine 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 Untertitelung des ZDF, 2020